Johann von Opeln Bronikowski, schwedischer und polnischer Offizier, preußischer Generalmajor, Ritter des Ordens Puerle Merit, Leben. Bronikowski entstammte der alten, sehr verzweigten deutsch-polnischen adeligen Familie Opeln Bronikowski, die in Großpolen und der Neumarkt begütert war. Sein Vater Sigismund war schwedischer Major. Im Alter von 15 Jahren trat auch Johann in schwedische Dienste und verbrachte sieben Jahre in Schwedisch-Pommern. Danach wechselte er zur polnischen Arme über und diente dort 14 Jahre. 1725 erhielt er vom König Friedrich Wilhelm I. den Auftrag das erste preußische Husarenregiment zu organisieren und trat als Rittmeister in die preußische Armee ein. Im Jahre 1729 errichtete er das erste selbstständige Husarenchor und wurde zum Major befördert. In den Jahren 1730 und 1731 unternahm Bronikowski viele Reisen nach Polen und Ungarn, um dort Pferde für die preußische Kavallerie einzukaufen. In den nächsten neun Jahren kommandierte er Husaren, die an der preußisch-polnischen Grenze standen und wurde 1740 zum Oberst befördert. Während der Schlesischen Kriege zeichnete er sich in der Schlacht bei Tschasslau aus. Er hielt den Orden Purlimerit und wurde zum Generalmajor ernannt. Während der Schlacht bei Hohenfriedberg befehligte er die Reserve der Kavallerie. 1747 wurde er mit einem Ehrengehalt von 600 Talern verabschiedet. Wegen seiner Verdienste bei der Ausbildung und Organisation der ersten preußischen Husaren wurde er Urhusar oder Stammvater der Husaren genannt. Später nannte man auch Zietenhusarenvater. In der allgemeinen deutschen Biografie heißt es, ist der preußischen Husaren Stammvater und repräsentiert deren schwedisch-polnisches Surrelement. Leider fehlt sein Name auf den Ehrentafeln am Fuß der Berliner Reiterstatue Friedrichs des GR.